hallo leute ich zeige euch heute wie er bei der sofos utm port forwardings einrichten könnt zunächst gehen wir aber in unserem browser melde uns einmal an der sofos an in meinem fall bin ich schon angemeldet und habe in dem fall die home version kann ich euch unten auch noch mal die beschreibung packen und ich zeige euch heute wie ihr die portfondings einrichten könnt so dann gehen wir einmal auf network protection und wir müssen einmal auf nat gehen und in unserem fall bezieht sich das auf dieses net und wir haben hier den art in dem fall destination hat und hier sieht man schon ein paar portfondings die ich eingerichtet habe https webdav pdg für mein pdg server und nun zeige ich euch einmal wie die regel aussehen soll beziehungsweise wird immer auf 900 regel dann haben wir hier unser datenverkehr quelle dienst ziel in unserem fall müssen wir hier anklicken und hier wählen wir dann immer internet ipv4 aus dann wählen wir den dienst aus dem wir gerne haben möchten dann nehme ich jetzt einfach mal den htp proxy dienst brauche ich zwar nicht aber in dem fall egal dann haben wir hier die das ziel und das ziel ist in dem fall auch wieder entfernen auch wieder drücken die und die media waren address einmal reinschieben in meinem fall habe ich ein doppeltes nach das heißt einmal das modem mit einem eigenen ip address bereich und dann einmal die software die in eigenen ip address bereich macht so und jetzt müssen wir einmal das ziel auswählen geht auch wieder hierüber dann hat man hier immer die liste und in dem fall habe ich zwei schon hinzugefügt einmal das nas und einmal den server 01 in dem fall packen wir mal den server 01 rein wenn sich wenn der ex der externe port identisch sein soll wieder interne bleibt das so wenn ihr aber jetzt am ende zum beispiel sagen wollte der port 80 80 von extern geht zum beispiel auf den port 80 intern geht ihr dann einfach hier drauf und wählt dann in dem fall http aus und dann würde er automatisch import 80 80 von extern annehmen und ich weiß von extern freigeben aber intern leitet den an den port 80 weiter von dem endgerät wie zum beispiel den server oder das nas dann ist noch wichtig dass er diesen haken rein macht automatische feuerregel wenn dieser hat nämlich nicht gesetzt ist müsst ihr manuell die feuerregel erstellen dann gehen wir noch mal kurz auf erweitert und das den haken mache ich auch mal rein damit prüfen können ob der port auch durchgereicht wird und in den protokollen nachgeschaut werden kann ob wir probleme bezüglich der port weiterleitung haben danach gehen wir noch auf speichern dann sehen wir der eintrag ist gesetzt und er ist standardmäßig deaktiviert dann müsst ihr ihn noch mal manuell aktivieren und schon ist der port 80 80 von extern freigegeben und wird weitergeleitet auf dem port 80 wichtig ist natürlich dass ihr dann ein ex post host auf eurem modem habt das weitergereicht wird auf die softwas so das wäre schon gewesen bei fragen unten in die kommentare und für einen daumen hoch würde ich auch freuen dankeschön